sie haben ihre peter neun ich entschulde mich tut mir leid freut der gnädige frau ich sollte denn es so Sommer sein ich wollte ja kein offensichtlich ja 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 ist okay Herr Mönner ich verstehe ich bin so traurig ich muss schwierig scheinen so alt zu werden als ich bin wenn er sich gebaut ist ist das ein different part of life ich würde lieber jung sterben als wie Kurt Cobain Jim Morrison ich würde lieber jung sterben als mit 27 tot und an eine riesengroße Legenda ich überleg grad ist das hier schon ein paar das ist ein oder ein anderer Teil des Lebens ich würde lieber nicht nachdenken respekt das ist sehr nett von ihr zu sagen das ist sagt ich stimme die vollkommen überein wir sollten unsere älteren und die älteren herren und damen herren mit dem selben Respekt begegnen wie wir hoffen dass wir wir uns selbst zu begegnen irgendwie sowas nun ich muss hinterher ich bin mit ihr zu reden ich muss sie gehen Jürgen Busse 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 so äh ja ich bin unglaublich dreckig oh oh äh oh ich sollte 2pm jetzt nach einem Strand gehen und scheiße baue baue ich muss mal kurz gehen weil ganz schön schneller schneller ich muss schneller ich muss gucken welches Feld frei ich habe nicht die Melonen oder die Blueberry Hill flasen kann du hab' all the moon ja wir haben ich gucke noch mal nicht beziehen also da haben wir frei und hier noch die wir was die übernehmen 8 m am schon so viel weggenommen wir können noch einmal über economy machen Maxwell vormarsch zu ihr um Die Münchenquellen werden hier weiter sein, ist eines meiner Lieblingsdinge an diesem Tal, Edmund Stahl im Vieh Stahl, ich gehe in meiner großartigen Hohle, so, oh ne, ich gehe in dem Strand, der hat dann Feierabend, klagend macht der Feierabend, ich bin ein schlechter Let's Player, ich weiß. Oih, hallo, schwupp, ein gemopselt Buch, ganz schnell, ganz schnell, der hat eh Feierabend, Ich werde euch nicht schaffen. Jaaa, ich hab mich hin teleportiert Hab deine Lust und Laune einkassiert Und mir ist dabei nichts passiert um und wir wollen wir wollen mit dem kopf überwunden mit dem menge wollen oder oder überraschend ich habe keine lust aus lösen wie das euch selbst durch Prozent Prozent ein Land der um um bernard hola r zumal da ich bin ich bin das ist der reisende weil ich will dich lieben ich würde mich lieben wo Entre privacy schw bearing gegen sie nnnn das ist purer nonsens was ihr erzählt aber sprache hat sich entwickelt wurde sich im reißbrot konstruiert so wie z.m. Esperanto oder klingonisch oder piratensprache Piratespeak ich kann mal mit dem Spass mal Computerwürmer ist ein Youtube Wormatilien und Worms PC Worms Ombade ich hab grad mal den zehnten mein Gott grad mal den zehnten ich hab mir mal irgendwann mal ausgerechnet wie lange ich brauche um einen Monat vom ersten bis zum 28. durchzuspielen das ist schon unglaublich in einem Tag ungefähr sagen wir mal zwölf Minuten äh zwölf Minuten dauert zwölf Minuten dauert zehn Tage sind dann 120 Minuten das heißt ähm wenn du zehn Tage durch willst eine eineinhalb Wochen das volle zwei Stunden zwei Stunden für nur anderthalb Wochen dieser wackeldackel fisch mal wieder du bist du bist ein Verbrauch du bist ein Verbrauch du bist ein Verbrauch Herr Baron du bist ein Verbrauch 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 die Fische haben ein Recht darauf uns nicht entscheiden zu können ob wir rauf oder runter wollen Fische sind hier in diesem Schwerstdümmsten Blödes überhaupt ist schon scheiße ich guck mal wie ich später bin nicht schon wieder die Cola scheiße weg damit ist ungesund das ist wahrscheinlich auch die erste Aufnahme wo ich keinen Kaffee dabei habe hab ich schon vorher gesoffen zwischen den ich hab mal vor der Aufnahme von Blövenzahlen und nach der Aufnahme von Blövenzahlen also quasi Kaffee Pause also damit ist mein meine Menge von 2 Tassen Kaffee am Morgen durch mein Gott Aua boah das Hetzer ist ein bisschen scheiße ich meine die Ohrmuscheln sind so winzig ich schließe meine meine Gehörorgane leider nicht ganz sondern so teilweise drücken wie Sau das glaub ich was ich hier alles aushalten muss die Fische die scheiße sind und an den Ohren quetschen dann Hetze dass sie sich so an meine Ohren quetscht das ist am Anfang am Ende einfach nur scheiße weh tut du ihm ist die Brasse das weiß ich Brasse ist irgendeine scheiß Rasse aber wirklich klasse du stehst ja an der Kasse und verkaufst mir eine Brasse bevor ich dich in Ruhe lasse Fischikowski schnell Fischlies Fischikowski estoy hier hier ja hier ist pervers ich stork mal er hat einen blauen Arme Ruhr um 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 ja und ich habe mich rein weil die haben Öffnungszeiten die er fremd mich nicht scheiße mann tausend unlogisch Dinge in logische Dinge in Städte der Wallye Ballet und Ballet um Lallel Lallel Lenden Prozent abischen die Pilze meine Begründung über nicht vergessen und schon damit zu schnell und ihre wenn ich nicht so okay kann mir bekannt vor und das Geld auf Sieg sind Kultus ist ja wunderbar Prozent und natürlich nicht überraschen und erklärt wird zurück er kommt jetzt zum festival wir haben schon eine Aufnahme 1 Stunde 37 Minuten ja da ist schon mal was wunderbares die Band bringt mir schon eine ganze Menge Knete ein die roten heißen Chilischurten ähm denn wer du wie nicht ich bin blödlösung der dritte warum gibt es nur Sonnenschein warum nicht einmal Regen Wurde David der starten die umore ein Menschheit morgen wird eine ungewöhnliche Anzahl von Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe gehört, dass hier die Krabben Leute Paarungszeit haben. Also es ist wirklich Paarungszeit. Wie dem auch sei, in jedem Falle, Leute, kannst du damit eine Menge Cash machen, wenn du den örtlichen Strand abgrast, danach. Da, 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 da. Und leider ist es scheiße. Oh, leider nicht. Ich habe nicht vergessen, was ich sagen wollte. Egal. So. Wir gehen mal. Von wieviel bis wieviel Uhrstunden ist statt? Hab ich wieder vergessen. Gießen und singen und sich darüber auslassen. Und darüber beklagen, wie scheiße das Wetter doch sein kann. Aber nun. Aber nur manchmal. Da wünsche ich mir, die Melonen würden schnell erwachsen. Und du würdest langsamer wichsen. Dann müsstest du nicht mehr wissen. Wichsen macht blind. Wichsen macht blind. Wichsen macht taub. Wichsen nimmt dir das hin. Und bietet deiner Intelligenz die Stirn. Ja, das ist ein scheiß Leben. Das ist ein scheiß Leben. Oh, aber das ist ein scheiß Gemüse. Und das diskutiert sich. Wie ist das? Was haben wir denn so leckere Schimmel... Äh... 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 Genau, das weiß Haben wir noch... Äh... Kuppe Ohr, haben wir nur zwei Scheiße aber auch Äh... Äh... Ach, weiß ich heute, tut doch nichts, die Sache... Ich mach mal weg... Klops, 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 klops... Und weg mit dem Rotz Hallo? Oh, oh, oh Wir müssen ne ganze Menge Holz sammeln... Voll zu den Hütten... Los! Weg damit! Zwei Wochen... Zwei Stunden... Also wie gesagt, ich hab mir mal im Kopf mal so schnell durchgerechnet... Für... Zehn Tage... Also 200... Äh... also 120 Minuten meine ich... 120 Minuten, also zwei Stunden... 20 Tage sind dann also... Vier Stunden... Also wenn ihr 20... Und dann nochmal... Muss ich mir grad überlegen... Bei 2, 2, 4 Stunden... Bei... 400 Minuten... Und dann 20 Tage nochmal... Acht Tage... Fünf Tage... Fünf Tage... Fünfmal 62... Also... Äh... Vier... Vier... Fünf... Fünfeinhalb... Sechs Stunden... Kann man damit eine Jahreszeit... Zubringen... Zubringen... Also ist schon ziemlich... Langfristiger Zeit verteilt... Würde ich mal so sagen... Ja... Natürlich haben die Feiertag... Und haben die ja nicht geschlossen... Hm... Bom... Das Fest hat eigentlich begonnen... Schnell, schnell, schnell... Ich sollte nicht so wenig... Ich sollte weniger rechnen und mehr aufpassen... Also Mathematik und so... Ja... Ich lerne Mathematik... Und halte in meiner rechten Hand... Einen... Durmstick... Das sieht nicht so schick aus... Ist nicht so schick... So... Oh, das ist mein Fuß gestammt, Scheiße, Mann! Äh, ist er mich ermüdend... Ist ermüdend, liebe... Bist, äh... Wissenbereit man die Spirol... Das Büro... Zu betreten... Die... Die ist nicht ansprechbar... Die ist nicht ansprechbar... Die... Die ist nicht ansprechbar... Wissen, ist kein guter Tänzer... Kudos schämt mich... Was bin ich für dich zu sehen? Ich bin langweilend... Na, guck dir doch mit so einem Gesicht hier... Ob er langweilend ist... Das ist ein Musi... Dieser Musi... Ist so lauuuut... Kann ich dir ein bisschen Frieden haben... Den stehen in aller Ruhe... Den stillen Ozean gelesen... Ah, der Geruch des Ozeans... Bringt mich zurück... Für die Jahre zurück... Lange bevor... Du geboren wurdest... Totem... Totes Totem... Schlagschrei... Pum 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 Pum... So... Hardstyle... Oh Gott... Ich würde tanzen... Aber... Ich... Ich... Ich würde nicht... Ich würde nicht voll geschwitzt werden... Perfektes Wetter für einen Strandparty... hm... Und hier... Ich... Es ist ein... Düder... Ich... Der Empfund von... Irgendwas... Ehehnen... Putlucksuppe... Ich bin... ich bin voll aber ich habe ein paar frische gemüse von meinem garten hier in diesen in den kommunalen suppen kessel reingetan ich frage mich ob wir gealterten whisky mark durch noch nicht besoffen machen und dann im besoffenen zustand in angebote rausquetschen ich bin spät aufgewacht ich bin ziemlich rausgegangen und habe mich in mitten dieses ereignis und diesen ganzen dober woher wiedergefunden wie ist denn das farm wie gehe ich mit der farben voran ich muss ein ziemlich arbeitslastiger jahresort würde ich sein